Und damit recht herzlich willkommen zurück bei Stonehoof. Ich bin euer Evil Bob, wir sind hier in Bob's Heaven und ja, es ist zeitig an morgen. Es wird wieder schon fleißig gewerkelt. Unsere Patrouille ist unterwegs und behält alles im Auge. Unser Maggie kümmert sich fleißig um die Nahrungsversorgung. Das muss man ja echt zugutehalten. Ich denke, sie kommt mit in zwei Feldern hier ganz gut zur Rande. Bis jetzt läuft das ganz gechillt. Ich würde sagen, die Steine, die stören nicht. Die könnten demnächst mal mit abgehapestet werden. Dankeschön. Wie machst du das wieder weg? So, genau. Ja, hier wird schön gebaut. Wir machen das alle schön fleißig, damit die sich dann alle mal ordentlich ausruhen können. Das ist ja immerhin wichtig. Dass wir dann später mal ein paar mehr von unseren Leuten haben. Dann können wir auch das alles ein bisschen einfacher bauen lassen. Oh, es wird Tag! Ich habe ja gesagt, die sind sehr zeitig aufgestanden. Es ist auch wichtig, dass unsere Patrouille immer unterwegs ist. Ja, unser Essensvorrat sieht ganz gut aus. Der Rest auch. Vielleicht durch unseren Dallers ja mit dem Essen langsam anläuft. Vielleicht müssen wir auch noch genug Vorrat haben. Könnte ich ja mal ausprobieren, was passiert, wenn wir unseren Fallensteller... Oh, der arme Fuchs. Der will die doch nicht etwa essen. Doch. Aber was denkt ihr, wo es vielleicht sonst herkommt, Leute? Ja, liebe Kinder, Fleisch kommt nicht aus dem Supermarkt. Das kommt alles von Tieren, die alle so gucken. Lassen wir uns nicht in politische Konfliktthemen bei diesem schönen Spiel ein. Hier ist alles toll und pixelisch. Und mit schönen Soundeffekten hinterlegt. Wie sie das alle fleißig so machen, ne? Da wird halt eine schöne... Oh, Daily Update. Was ist los? Was passiert da jetzt? And you said now would like to join us. Na, klasse. Da müssen wir gleich noch ein Bett bauen. Hei, 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 hei. Äh. Wie machen wir denn das? Ja, klar. Irving Bulltus ist schein Bob7. Na schön. Wollen wir doch gleich noch einen Beruf für dich, hei. Äh. Wo sie denn? Irving Bulltus. Haben wir denn einen schönen Job für dich? Äh, ja. Du kannst das machen. Was auch immer man da so macht. Aber... Oh, Promotion to Mason. Alles klar. Steinmetz approved. So, wo bist du? Genau. Können wir gleich mal schauen, was du machen kannst. Müssen wir schon zwei Werkstätten bauen. Na, komm mal, ja. Halt. Nicht mehr können. Was machst du denn? So, Bildworkshop. So. Komm, komm mal hierhin bauen. Ja. Kannst später am Haus weitermachen. Können wir dich das mal. Ich will mal sehen, was du so herstellen kannst. Wo ich sagen muss, geht ja ganz flott. Jetzt brauchen wir natürlich noch ein Bett mehr, aber das ist ja gar kein Problem. Weil... Ich glaube, wir können... Achso, ich wollte eigentlich Kommoden... Äh? Nee. Nee. Nicht obendrauf. Nicht obendrauf. Ich mach schon das jetzt. Da, genau. Können das jetzt so machen. Äh, wie wird das mit drehen? Ich glaube... Achso. Genau, man könnte das dann zum Beispiel so hinstellen. Wo es macht, glaube ich, nicht viel Unterschied, ne? Ich wollte eigentlich noch ein paar Kommoden hinstellen, aber können wir ja auch machen. Da stell ich da das Bett so hin. Genau. Haaa. Super gut. Und die Kommode, die kommt... Vielleicht... Da können wir... Wir können noch eine da hinstellen. Genau. Was ist jetzt... Wieso ist das andere Bett weg? So war das aber nicht geplant. Wir sollten noch neu... Haben wir keine Betten mehr. Sieht nicht so aus. Ich hätte gerne ein neues Bett. Schnell. Das haben wir leider noch nicht. Aber... Achso. Steinmetz. Kann man schon mal ein neues Schild herstellen. Und... Ein neues Bett. Wir haben ja einen neuen Mitbürger. Nee. So. Du hast doch dein... Oh, Carpenter Level 3. Nicht schlecht. Ja, es gibt Mittag. Genau. Esst Feingemüse. Das ist gesund. Obwohl das Fleisch sehr lecker aussieht. Bisschen Bacon. Ach, ich sollte das nicht spielen, wenn ich Hunger habe. Was war das denn? Ah, ja. Du hast dein... Alles klar. Zeig mal, was kann man denn hier so machen. Ein Hammer. Ein... Oh, man kann einen Hammer als Waffe herstellen. Sehr schön. Das machen wir dann gleich mal. Trapper Level 3. Was ist denn das? Couple Stone Fans. Da kann man ja... Alles... Ein bisschen... Oh, Steinlaterne. Gefällt mir auch sehr. Wall Mounted Gorgel. Was ist denn das? Oh, ich glaube, das bringt Licht ins Dunkel. Und wer braucht das? Schmied. Ja, Schmied brauchen wir ja natürlich auch. Ach, wir brauchen noch so viel. So, so viel. Ach, ich denke, bis jetzt kommt man noch so aus. Ach so, hast du das Bett fertig? Das wäre schön, weil dann können wir nicht mich. Nein. Wo ist es? Ja, du machst es schon. Ich vertraue auf dich. Wer ist eigentlich unser... Joe! Ne, eigentlich Joe Homer. Joe. Ne, Joe klingt... Es ist Joe. Joe Homer. Es ist unser... Oh, wo willst du hin? Mackie ist vormach. Mackie, komm... Ja. Na klar. Nichts rumliegen lassen. Da müssen wir auch noch ein bisschen unseren Schacht reinbauen, würde ich sagen. Danach. Wenn es dann soweit ist. So viel Stein haben wir momentan auch nicht. Da ist es, denke ich, eh ganz gut. Können wir hier eigentlich auch was Neues herstellen? Ich glaube nicht, oder? Eine Bank. Hätte ich gern drei. Ja. Schön, 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 schön. Ach ja, wir brauchten da ja sowas. Ich glaube, ich bin jetzt mal richtig krass. Und du unseren Trapper... Nee. Halt, 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 halt. Hier. Du kannst dich mal weiterentwickeln zu... Shepard. Zum Schäfer. Und mal sehen, was du dann so kannst. Ein paar Schafe bräuchten wir auf jeden Fall. Was mache ich denn da? Jetzt kannst du das ja auch Schaf... Nee. Ach, halt. Ja, haha, warte mal. Gleich, gleich, gleich. So, Mart. Time to me. You know? Kind of Schaf. Oh. Wie groß war denn das? Ich denke, das ist ganz gut da. Ja, okay. Dann machen wir. Wo hat er denn das Schaf auf immer ausgepackt? Wir hatten doch vorher kein Schaf hier in der Nähe. Na, cool. Bäää. Das ist so flauschig. Ich werde niemals auf diesen Button drücken können. Was machst denn du? Gehst du jetzt mit einem Schaf in den Wald? Ja, ich weiß, dass das komisch klang. Ja, ist egal. Wir denken nicht drüber nach. Oh, es wird schon bald wieder Nacht. Oh, was denn hier? Hasen und Fuchs. Wie sie friedlich nebeneinander sind. Schön. Was denn das? Die Schatten ziehen länger. A simple merchant has... Reift. Reift hat der... Zeig mal, was hast du denn im Angebot? Klamotten. Wir haben mal kein Geld. Das heißt, wir könnten was verkaufen, aber ich will noch nichts loswerden. Ich bin zufrieden mit dem, was ich hab. Danke. Ihr seid ja auch bald fertig mit dem Haus, wie das aussieht, oder? Hä? Ja? Ja, ich denke... Bald... Ach, ihr baut nur noch das Gerüst ab, sozusagen. Na, schön ist es geworden. Können wir ja bald das nächste bauen. Ich weiß schon, ihr denkt jetzt bestimmt... Nein, ich möchte ja hohe, bla. Aber... Es nützt alles nix, meine Leute. Wir müssen uns ausdehnen. Unsere Siedlung muss wachsen. Invaders! Oh Gott. Was geht hier? Was ist das? Nein! Moment. Taskforce Defender Mode. Oh, es sind ja gleich mehrere. Wie machen wir das jetzt? Oh, der hat mich schon. Hammer, gefährlich. Gefährlich gefährlich. Wir haben uns noch einen Schäfer im Visier. Wie wär's denn mal? Äh, Taskforce. Äh. Völlig Überforderung. Wo ist... Wo warst du denn? Bin ich grad doof? Ich würd gern wissen, wo unser... Ah! Nein! Nein! Wieso er... Er war so jung. Das haben wir natürlich alles jetzt ein bisschen... Was geht denn auch mit dem Schaf in den Wald? Verdammt! Äh, wo ist denn... Ich krieg die gleiche Krise. Da! Du hast geschlafen! Rogue! Noch ganz glatt. Wir werden das gleich mit angreifen. Komm her. Komm her! Attack! Was ist das? Loot? Ne. Great Party! member wir brauchen genau du gehörst dazu 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 okay dann hier angriff das geht's wo bleibst du denn was ist es gerade zweite schon gestorben was macht denn unsere wache hier wofür bezahle ich dich denn terror in der stadt ich dachte es war mal einfacher okay ja kann ich die irgendwie irgendwo hinschicken ich kann ja nicht navigieren das heißt wenn er angegriffen wird es misst was mache ich denn da mit dem schäfer was ist denn wir brauchen auf jeden fall oh gott wir haben wir haben jetzt verloren okay defend mode aufheben macht mal weiter mit dem was er macht wenn ich einfach auf der stelle umfallen und schlafen da sind jetzt echt zwei von uns gegangen wer ist denn jetzt alles von uns gegangen auch wir können auch nicht mal mehr scrollen weil die ganzen berufe sind auch da ist das traurig ich hoffe das reicht um stufe eins zu werden so ein mist aber wir haben noch ein bett so noch mal sehen wann der nächste siedler uns ab sich uns anschließen möchte okay nächstes mal wir merken uns parties vorher werdet ihr ihn retten können aber es war schon ziemlich heftig ich glaube wir brauchen gleich noch jemanden der uns verteilt ist so ein mist aber gut wenn die anderen zwei nichts zu tun haben dann helfen die auch fleißig mit beim bauen von daher ist das vielleicht dahingehend okay was macht ihr jetzt eigentlich noch nachher baut noch der rest ab ich würde sagen wir planen mal das nächste gebäude ein bisschen stein brauchen wir schätze ich auch ich würde schon einen zaun bauen sollte ich weiß es gar nicht das heißt jemand muss auch wieder aus fallensteller anfangen kraila haunter du siehst mir wie eine kämpferin aus du wirst die zweite verteidigung verteidigerin unserer stadt weil ich denke du machst die alle platt jetzt habt ihr aber holz auf unseren laternen liegen ich hoffe das räumt ihr noch weg obwohl es auch irgendwie lustig aussieht so du wirst gleich zur taskwurst zur taskwurst genau zur wurst taskwurst hinzugefügt add ja attack order achso jetzt kann ich hier drüben ne es ist schon okay party number one okay das ist unser 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 prügeltrupp genau hat es jetzt übernommen nein hat es nicht nochmal prügeltrupp ist das enter ah jetzt alles klar ihr müsst uns beim nächsten mal aus der kacke raushauen wenn hier wieder invasion auf uns wartet so ein mist sind so viele von uns gegangen vielleicht sollten wir auch noch ein bisschen jetzt da die vermutlich halbwegs fertig sind mitbauen und auch bald alles eingesammelt haben hier drüben noch ein paar bäume wegfällen damit wir ein größeres sichtgebiet haben falls nochmal sowas passiert oh unser mais wird langsam fällig aber ich glaube wir brauchen fast noch mehr unterstützung von dem farmer aber sie wird ja auch immer schneller unsere maggie sind wir schon level 2 ich weiß ja nicht ob die anderen dann auch mal mithelfen das zeug einsammeln wo sind die grad eigentlich alle ach die sammeln grad alle ein ne ach ja ist das traurig wir können ja derweil mal unser neues haus designen würde ich so hinstellen ja ach Holzboden na ich würde eher sagen Stein für unsere Halle wo man essen will da gibt es Stein so das soll das mal genug sein definitiv wall material ja aber Kalle mit ach so du weißt schon bescheid was wir wollen ich sehe das doch schön eine Tür natürlich das da da so Fenster 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 haben ja bis jetzt noch nicht so viele andere Möglichkeiten so sieht doch schon fast gut aus wir brauchen noch äh wo war denn das mit Licht ach hier aber Licht wie meinen die das ach so ja das sieht bestimmt cool aus he he naja wieso habt ihr jetzt damit schon angefangen dann noch gar nichts groß befohlen gehabt dach ist natürlich das maximale höhe könnte es auch ei so so ms es haben so lasse ich das entern genau save enter name for this template da ist mein eating hall template hab ich ja gerade gesagt template ja so was ist wenn ich jetzt hier es geht drück und wenn ich jetzt wieder da drück ah ok alles klar das wartet also noch darauf dass ich sage er soll es bauen und ihr habt schon mitgeholfen beim essen holen das ist super schön dann schicke ich euch noch mal kurz 1 2 minen gänge genau macht man das noch und danach können wir unsere futterhalle bauen ihr habt hunger dann geht doch was essen ach so ich sollte euch vielleicht irgendwie wieder zurückschicken oder eigentlich eigentlich alles gut ihr könnt ruhig ihr könnt eigentlich gehen ach man muss das wieder canceln ok 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 sagt das doch gleich ja dann erst was stärkt euch du wie siehst du aus hast du denn genau wie kann ich ja was equipen wie kann man denn jetzt hier was equipen er baut fein ab genau wie viel fällt da ab ist jetzt noch nicht so viel ich hab da auch noch eine schöne lustige idee denn ich wäre dafür dass wir das noch hier neben unseren mineneingang bauen das sieht bestimmt voll cool aus hier noch eine können noch eine schöne bank hier hin ist das überhaupt eine bank das sieht so klein aus um der ecke genau und dann hier noch das schöne ist so rum ja baut das mal da hin ok was ist denn das jetzt von durcheinander der geräusche da vorne ist feuer kommt hier auch irgendwo was da alles klar attack troop los geht's jetzt könnt ihr euch beweisen ab geht's los halte diese untoten auf und rächt unseren freund los wie wärs denn mal Brügelattacke hoch 10 wendet das an was ich euch beigebracht habe schönes ding ich kann euch bald befördern und irgendwas hat gerade geruckelt was hat hier in dem spiel geruckelt bitte alles klar kehrt zurück ok das war eine siegreiche schlacht die wir jetzt noch gewonnen haben am ende des tages die gehen vermutlich sich gleich mal aufs ohr hauen und ich bedanke mich wieder fürs zu sehen bei stone half ich hoffe ihr könnt ein bisschen runter fahren hört euch noch ein bisschen das feuergeknister an ich lass es noch ein bisschen laufen und wir sehen uns dann beim nächsten mal wenn es wieder weiter geht mit let's play stone half ich bin euer Bob macht's gut drei acht die lab enorme mit je die 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 dort Untertitelung des ZDF, 2020